Jeden Morgen begrüßen sich Herr Schönling, Herr Wunderbar, Herr Ordentlich, Herr Spiegelchen und Herr Engelchen gesittelt und höflich. Oh, schau mal! Ja, hi, hi! Oh, ihr überrascht uns ja ganz schön. Wir haben hier gerade ein Lesemöbel-Treffen. Wir beide lesen uns nämlich gegenseitig laut vor, um unsere Lesefähigkeit zu verbessern. Ist ja witzig, dass ihr jetzt gerade vorbeigekommen seid. Wir wollten euch sowieso noch mal die ganze Gründungsgeschichte von vorne bis hinten erzählen, wie wir unsere Idee entwickelt haben, wie wir den Verein letztendlich gegründet haben, um den kleinen Rostockern hier die Chance zu geben, gemeinsam mit Studierenden Lesen zu üben. Also, wenn ihr die ganze Geschichte von vorne bis hinten hören wollt, dann kommt doch einfach mal beim FVU Plur Day vorbei. Der ist nämlich am 8. Juni und wir freuen uns auf euch. Seid dabei!